Oh, jetzt komm ich nicht mehr zurück. Da gehen wir gleich hoch, weil ich glaub, da müssen wir den ganzen Mal lang, aber wir gucken, was hier noch alles ist. Oh. Hallo. Oh, das ist, oh, das sind tote Leute. Oh, ich dachte, oh nein. Oh, oh, oh nein. Ich dachte, es vererde. Ihr habt es geschafft, es alle glauben an mich, Alter. Billys Bruder, war das Billys Schwester? Die traut sich nicht mit mir zu sprechen, ich bin zu süß, ich weiß. Kann man nicht ändern. Boah, Junge, Alter, ich reise mal vom Spiel. Ich muss mal echt die Musik ändern, also wenn ich es oft höre, ist es blöd. Wir sind immer noch auf dem männlichen Weg, warum eigentlich, Alter? So. Ja, 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 hol dir mal kurz Chips. Ich erschrecke mich ja so oder so, ich verpasse nichts. Wenn ich mich nicht erschrecke, verpasst ja so oder so nichts hier. Hm? Reicht das Hauptgeschoss der Männerstation. Wieso habe ich nicht die weibliche Station genommen? Wieso beschützt ihr mich nicht vor dummen Entscheidungen so? Ihr habt Spaß daran, ne, wenn ich mich erschrecke. Ich hab da nicht so Spaß dran. Da, ah, Scheiße. Okay. Dann geht's da unten weiter. Ähm. Schieben. Schieben. Ja, mit den Muskeln, das haben wir nicht so drauf, oder? Ne. Ach, gedrückt halten, bro. Darf hätten wir so gut Billy gebraucht, Alter. Wenn du mich anspringst, ich komm zu dir und es gibt keinen Reis mehr für dich, ja? Und auch keinen Sushi mehr für dich. Okay, bro, ähm. Ich. Ich lass mich mal hier einfach allein. Hier sind Fußspuren. Geil. Please don't scare me. Ja. Ich hasse es, wenn hinter der Tür irgendwas steht, oder sowas. Eine Batterie wäre jetzt wieder ganz gut, eigentlich. Bevor die hier leer geht. Ich glaub, ich muss hier ein bisschen schneller durch, damit ich auch schnell Batterien finde. Achso, da bin ich jetzt, lol. Achso, da bin ich jetzt mal. Ist das so ein Klopf-Klopf-Spiel, weil ich es nicht wieder verstehe? Alter, chill mal jetzt, Junge. Ach, Junge, Alter. Er weiß nicht, wohin, Junge. Batterien, ja, Alter. Sehr wichtig. So, sollen wir... Ne, sollen wir es jetzt schon hinkommen? Ich schieben es jetzt schon, Alter. Der hat gerade eben ja Klopf-Klopf-Spiele gemacht, dann müssen wir auch mitspielen mit denen. Weil sonst können wir... Sonst zählt das ja nicht als Klopf-Klopf. So, jetzt hat der Klopf-Klopf gemacht. Jetzt, wer ist da? Der Jopse. Okay, hier ist keiner mehr. Das ist zu. Das ist auch zu. So in Sachen Türen abschließen, sind die aber ganz schön gründlich dafür, dass die eine Therapie-Scheiß hier machen und Leute aufschneiden. Lauten geht's weiter. Hm. Okidoki, please don't scam me. Ey, wenn das jetzt hier der Doktor ist, das sieht schon so aus wie Doktor hier. Und das ist wahrscheinlich bei einem Doktor. Aber das sieht mir hier sehr nach Doktor aus. Zu lebendig, zu lebendig, zu lebendig. Was ist zu lebendig, Bruder? Wer redet da eigentlich, fragt man sich. Batterien. Das kommt doch von links da, Alter. Von wo ist das? Hä? Darf nicht schlafen. Wernicke, wartet doch auf mich. Das kommt doch von da. Aber ich hab doch geguckt, da ist niemand. Das kommt genau von hier. Hä? Komisch, komisch. Rollstuhl. Und ne, ne, Akte. Ja, Mann. Oh. Ja. So, eine neue Akte. Profileser. Krankenbericht von Rick Trager. Dieser Bericht hat es leider auch nicht geschafft. Ich hab mein Bestes gegeben. Aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor. Kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen ersten... Die ganzen ersten... Die Kniffe... Hä? Ich lerne die ganzen ersten Kniffe noch. Das ist kein Deutsch, Bruder. Ich lerne die ganzen ersten Kniffe noch. Oder... Fiel da kommen oder so? Ich check's in die, Alter. Und hi, King Luis. Luisi. Ich glaub, wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sachen wegen diesem Billi gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um 80 Leute zu reduzieren. Das ist krass. Kurzfristig gesehen... Guck mal, meine Stimme. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern, langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Versorgung. Wer da arbeitet, hat doch echt Probleme, Junge. Pfff. Verdienst da 1 Euro mehr pro Stunde, Alter. Trotzdem. Und ich hab viel über Biologie gelernt. Ich war mir bis jetzt nicht ganz sicher, aber jetzt bin ich mir absolut gewisser bestätigen, dass ein Mensch ohne Niere nicht leben kann. Man lernt jeden Tag... Das ist schon klar, dass ein Mensch ohne Niere nicht leben kann. Aber cool, dass du es nochmal ausprobierst. Hast du es hier bei dem ausprobiert? Hammer, Bro. Ich höre doch hier irgendwen, Alter, wusste er... Ich höre ihn doch die ganze Zeit. Oh, muss er hoch? Ja, ich muss er hoch. Ich will nicht. Aber was muss? Das muss getan werden. Ein ganz normaler Tag als Krankenschwester. Meine Freunde. Alles gut, Bro? Fleisch will Fleisch will Fleisch. Oh, das sind zwei Leute, die mich aufbricht wollen. rutiniz. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nichts mit mir, nichts mit mir! Nein, das ist zu! Nein, nein! Wow, es geht! Was soll ich machen, ich glaube ich nicht Ah, er hat es besser Was lernen wir daraus? Schnell raus hier Solange wir noch Klopf-Klopf-Spielchen machen Ist ja noch alles gut Okay, lass mich raten, es ist das Experiment Kommen die jetzt schon, Alter? Oh, ich glaube, er ist hinter mir Wo lang soll ich, Alter? Okay, rechts lang Hier ist auch zu Lass mich, lass mich Lass mich, ich glaube, ich wollte meinen Nachtmodus ausmachen Und jetzt da lang Und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt da lang Boah, ich hab ja richtig geflaxt, Alter Und jetzt da runter Ja, ist ja gut, Bruder, ist ja gut Kommen die auch hier lang? Ah, ja, bücken wollen sie sich nicht, aber zu Tode jagen tun sie mich Oh, jetzt ist der Typ da Nee, 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 nee Das klappt Hä? Nuh, 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 nuh Hi, Bruder, ähm, kannst du mit aufhören, mich zu schlagen, so, danke Wolange soll ich's denn, Alter? Da kommen ja mal nicht hinterher, oder? Hoffentlich mal Okay, ich glaube, ich bin safe, Leute Was lernen wir aus der Geschichte, wenn Billy töten sollen Das ist richtig, ja Wo bin ich jetzt hier? Hä? Wo soll ich lang? Wo soll ich lang? Nicht über das Bett steigen, Bro Auf das Bett Was soll ich machen, Alter? Vielleicht auf die andere Seite, geht das? Ja, es geht nur auf der Seite Hä? Ich bin verwirrt, Junge Hast du Brot? Was? Ich kann doch Billy nicht füttern Ich weiß nicht, wo Ich weiß nicht, was ich machen soll Leute, ich brauche Hilfe Was soll ich machen? Okay, Leute Das heißt Ich muss da jetzt hinten runter Und dann irgendwie Gang finden oder so Wo auch hier immer Gang ist So, das heißt Das heißt, es geht jetzt hier runter Oh Ich könnte auch mit aufhören, auf mich zu warten So Das ist uncool, Mann Das ist Spawn Camping, Alter Okay, dann suchen wir jetzt mal nach einem Gang Keine Ahnung, wo hier ein Gang ist, Alter Hier ist zu Hihi! Das ist kritisch Ich muss wieder zurück Ich weiß nicht, wo lang ich muss Ich gehe wieder zurück Ich gehe wieder zurück Oh mein Gott, Alter Was ist das für ein... Ah! Ja, gut Das war es dann wieder komplett Ich weiß nicht, wo ich weiterkomme Das ist ja voll kompliziert, Mann Hä? Ist die Logik dahinter? So, ich muss hier lang Hier geht's lang Okay, ähm Da einfach vorschieben, würde ich einfach sagen Dann kommen die, glaube ich, nicht rein Okay, ich glaube, die kommen nicht rein Ich bin hier nicht mehr rein Aber Bro Alex Hier geht's hoch Dann geht's nochmal runter Okay Wo bin ich jetzt? Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts Scheiße, ich kann es nicht lang Kann ich nicht lang No Das war aber richtig Wo laufe ich lang? Ich laufe ja Irgendwo lang Ich weiß ja nicht mehr wohl in meinem Leben, Junge Okay, komm Okay, dann hier lang Dann nämlich hier lang Dann hier rechts Ich weiß zwar absolut nicht so, wo ich lang muss Aber ich tue einfach so, als ob ich mich hier auskenne Dann hier rein Dann der Blutspur entlang Jetzt ist die Tür zu? Hä? Ach, dann ist jetzt hier auf Okay Und dann hier rein Und dann Und dann hier drüber Komm Oh mein Gott, Alter Schirr mal, Bro Dann hier lang Was ist das? Speedrun, Alter Äh Ich warte jetzt nicht nochmal Ich warte jetzt nochmal Oh mein Gott, Junge Ist der krank Oh mein Gott Alter Oh mein Gott Nicht nochmal Alter Nicht nochmal Und nicht Cool, Bro Was? Wieso sind die so geil Auf mich zu killen, Alter Ja, okay Die Tür ist zu Die Tür ist zu Die ist zu Lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüust Einfach irgendwie klettern Ich weiß nicht mal, wo ich lang muss, Alter Einfach irgendwo lang, einfach irgendwo lang, einfach irgendwo lang, hier ist dunkel Die Tür ist offen Was musst du denn da machen, hä? Ach ja, komm Bruder, ist ja gut, ist ja gut Ich muss da irgendwie rein, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich da reinkomme Machen wir mal kleine, kleine Oh, das ist, ah Ich bin so ein Mongo Ich bin so ein Mongo Okay, das, das grenzt schon an meiner Intelligenz, Junge Okay, das war glaube ich schon richtig da lang, aber ich weiß nicht genau, was ich da machen soll Irgendwie so, war schon richtig, aber Ich will mein Geld, Alter Ich hab kein Geld, Bro Ich bin YouTuber, kein Mathematiker So, ich weiß halt nicht, wie ich da jetzt reinkomme Ja, es geht nicht auf, Bro Ah, jetzt geht's Pimmelskopf, Alter Warum? Mmh Hmm Vielen Dank.